pause weg das hier bevor ich jetzt weitermache so muss ganz kurz was gucken alles klar so lange werde ich es heute nicht machen ne, hier wird das vorhergesagt worden und da ist bei mir sowieso bei Zeiten aus 3.17 Uhr dann sind wir bei 19 Uhr ich mach bis der erste Blitz kommt Willkommen zurück Ich hoffe die Effizienz und der Komplett wird sich ein ganzes wieder vorstellt Was hab ich denn jetzt eigentlich gemutet? Hab das Mikro die ganze Zeit an? Ich hab gar nichts gemutet Oh wow läuft Einmal arbeiten mit Profis Hat sich das wieder verschoben? Nö Ich hab bloß bestimmt daneben geklickt aber pfff Man hat mich ja nur am Fenster hoch gehört wie ich mir die Zigarette mache und wie ich dann aus dem Wohnzimmer verschwinde Nö gehört hat man gar nichts eigentlich Ah ok Also ich glaube wenn ich nichts höre hat der Stream ja auch nichts Äh im Discord war ich komplett gemutet Also dort Keine Ahnung ob mal was im Stream gehört hat Ist mir ein schnuppes Pausebild ist eher eingeblendet und für Youtube wird es eher ausgekattet Ja So So Da wollen wir mal lunzen gehen Was ist das da? Ne das nicht So 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 Ähh Heute sogar noch The Taste schauen Vielleicht Was schauen? The Taste Das äh Ich bin ein Kochfan und das ist eigentlich Deutschland's größte Kochsendung Ach Das ist so ein Kochwettbewerb Ja Ne ich hab mir mal ne Zeit lang Ähm War das Rach der Restauranttester hieß der so Das ist ein Sternekoch hier aus Deutschland Der äh das Essen bewertet und dann den Leuten hilft dass es besser wird und so weiter Hab ich mir mal ne Zeit lang angeguckt Jetzt guck ich mir was mich meiner Jugend an Äh ne Serie die heißt Lost Mhm Ich hab mir die ist von 2004 Da hab ich mir damals erstens die Staffel angeguckt Dann hab ich nie weiter geguckt weil ich das einfach nicht verstanden habe Jo Jetzt guck ich ja aktuell bin ich dabei die erste Staffel wieder zu gucken Und da lass ich Verstehst du es jetzt? Nicht wirklich Meistens wird es immer erst zur letzten Staffel erklärt wie das alles so passiert Flugzeug auf einer Insel abgestürzt So auf der Insel Soll wohl irgendwie ein Monster sein was Bäume umknickt und es auch groß ist Dann haben sie dort den Eisbär auf einer Tropeninsel erlegt Und dann ein Funkspruch abgefangen Von einer Also der Funkspruch ist 16 Jahre alt Der läuft in Dauerschleife und 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 das Flugzeug ist aber tausende Luftkilometer vom ursprünglichen Luftweg weit abgestürzt Ja ich verstehe das einfach alles nicht Das ist Wie soll ich sagen Was hab ich mir als letztes angeguckt? Was hatte ich da gesagt? Was hab ich vor so los geguckt? Äh Stranger Things hab ich mir angeguckt Mhm Ich weiß gar nicht Drei Staffeln hat's ne? Die hab ich alle geguckt Ich hab bis heute noch nicht verstanden Wie diese Dimension entstanden ist Wie dieses Monster entstanden ist Warum der eine Professor Äh dieses Mädel mit solchen Kräften ausgestattet hat Das wird alles noch nicht so richtig erklärt Das ist erstmal hallo an alle die zuschauen Ähm Das ist mir alles noch zu hoch Also es wurde noch nicht erklärt in den drei Staffeln Jetzt bin ich auf die vierte Staffel gespannt Wo größtenteils neue Charaktere dabei sein sollen Ja und die werden dann auch nicht wieder richtig erklärt und so weiter Aber ich fand den Ehen dicken cool Der in der ersten Staffel Vorne keine Zehner hatte Der was Ja den haben sie die Zähne gezogen Die Milchzähne Wegen irgendwas Mhm Ich weiß gar nicht, war das in der zweiten oder in der dritten Staffel Hatte der dann Zähne In der zweiten war das noch Hatte der dann Zähne Und da kommt der dann nochmal Vielleicht gefällt dir ja meine Beißerchen Ey da hab ich mich jedes Mal bepisst verlachen Wenn das irgendwie dran kam Das war schon richtig episch Und sieben Zuschauer Loll Na dann Grüße Ich bin Wallis Schön, dass ihr so schnell kommen konntet Bitte verzeiht die Täuschung Admiral Haklin ist noch immer Darth Angrals treuer Diener Aber sein Name war für dieses Treffen einfach zu praktisch Hm Er ist ein Sith Tötet ihn Also wirklich Behandelt man so seine Familie? Was? Familie? Kira, kennt ihr diesen Mann? Hört nicht auf ihn Er versucht euch zu verwirren Uns Euer Padawan hat euch getäuscht Kira ist kein Jedi Sie ist ein Kind des Imperators Nein So wie ich Und es ist an der Zeit dass sie in die Obhut ihres Vaters zurückkehrt Mhm Ich habe noch nie von irgendwelchen Kindern des Imperators gehört Wer seid ihr? Die Auserwählten Kinder die ausgesucht wurden um dem Ruhm unseres Vaters zu dienen Eine Bestimmung auf die wir stolz sein müssen Verleugnet eure wahre Herkunft nicht Ich bin kein Sith Lasst nicht zu, dass er euch gegen mich aufbringt Wir haben keinen Streit miteinander, Jedi Kehrt zu eurem Schiff zurück Und lasst Kira nach Hause kommen Der Imperator will es so Äh Warum sollte ich die mitschicken? Ich bin mit der Heiß am flirten Ich will mit der Mann anfangen Nö Es spielt keine Rolle, woher sie kommt Sie ist mein Paderwan Sagt unserem Vater, dass er nicht auf einen Anruf von mir warten soll Ihr könnt vor eurer Bestimmung nicht davonlaufen, Kira Dank eures kleinen Streits mit Darth Angral Weiß der Imperator, dass ihr am Leben seid Und wo er euch finden kann Wohin ihr auch geht Vater sieht euch Er sieht euch in diesem Moment Hallo Schwiegerpapa Und er will euch zurück Ich würde lieber sterben, als ihn nochmal zu sehen Wie ihr wünscht, Schwester Na dann So schnell stirb ruhig Äh Wann ist man so sein Schwager? Borsch Sag mal, kannst du mich schon mal in Ruhe lassen jetzt? Alter Jetzt reicht's aber Boah, ist doch widerlich Boah Ich hab hier so einen Superboss Der, wenn er immer unter der Hälfte der Leben ist Zweiteilt er sich Wieder Hälfte der Leben von einem, Zweiteilt er sich Und so die ganze Zeit, bis es winzige Krabbelviecher sind Okay Widerlich Mark 2 Schussabwehr Brustplatte von Varkorps Ah Nee, die gefällt nicht Beherrschung 39, Ausdauer 49 Okay, Ausdauer ist hier weg Angriffskraft kritischer Treffer Verteidigungsschnelligkeit Jeweils 19 Wie sieht denn das an dem aus? Ah 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 Der sieht immer noch dämlich aus mit seinem Kleid Oh Ah Schön wieder da zu sein So Jo Ok Hmm 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 Ich hab ne Nachricht Geht jemand auf den Geist, dann gib Slash Igna Charakternamen in den Chat ein Siehst du keine Nachrichten? Ja von Ich seh sowieso keine Nachrichten, der Chat ist komplett deaktiviert bei mir Was soll ich hier jetzt machen? Danke, dass ihr mir beigestanden habt Ich weiß, das war ein großer Schock, aber ich kann es erklären Meine Eltern waren Sith Aber der Imperator ist nicht mein Vater Kind des Imperators ist nur ein Titel Ich wurde meinen Eltern weggenommen, als ich noch ein Baby war Zusammen mit anderen wie Valis wurde ich in der Sith Academy herangezogen Es war... Furchtbar Warum wurdet ihr in der Sith Academy aufgezogen? Wozu hat man euch ausgebildet? Na wozu wohl? Ich sollte Jedi töten und andere schreckliche Dinge tun Aber das war noch nicht alles Hin und wieder wurden die anderen Kinder fortgebracht, um unseren Vater zu sehen Danach waren sie alle anders Und keiner konnte sich daran erinnern, den Imperator getroffen zu haben Eines Tages bemerkte ich, dass ich nichts mehr von der vergangenen Woche wusste Sie haben mit mir dasselbe getan Versteh ich nicht, was wir machen sollen Was auch immer die Sith getan haben Es liegt in euren Erinnerungen vergraben Wir müssen es aufdecken Ich habe es versucht Jedes Mal, wenn ich mich einer Erinnerung nähere, ändert sie sich Und entgleitet mir Ich war noch ein Kind Klein genug, um mich auf einem Versorgungsschiff davon zu stehlen Und den imperialen Raum zu verlassen Ich habe einige gefährliche Orte kennengelernt Bevor ich Meisterin Kiwix getroffen habe Sie hat mich zu den Jedi gebracht Mein Leben verändert Habt ihr Meisterin Kiwix von eurer Vergangenheit erzählt? Nein, was hätte ich ihr denn sagen sollen? Übrigens, ich wurde als Sith geboren Ist das ein Problem? Ich habe immer gewusst, dass ich eines Tages mit der Wahrheit rausrücken muss Ich hatte nur gehofft, mich erst als Jedi beweisen zu können Jetzt weiß der Imperator, wo ich bin Und die Sith werden niemals aufhören, mich zu jagen Sie kriegen euch nur über meine Leiche Ich habe das unangebrachte Verlangen, euch zu küssen Aber das werde ich nicht tun Lass uns knutschen Ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen Meisterin Kiwix, dem Jedi-Rat Allen Keine Geheimnisse mehr Wir sollten vielleicht den General wissen lassen Dass er seinen Admiral nicht bekommt Lass uns doch knutschen, Baby Mann, Mann, Mann Der Admiral ist niemals hier gewesen, General Es war eine Falle Verdammt! Es tut mir leid, dass ihr aufgrund an der Lüge dieser Gefahr ausgesetzt wart Es soll nicht wieder vorkommen Leider gibt es weitere schlechte Nachrichten Eure Jedi-Meister haben beide ihre letzten zwei Com-Checks verpasst Das sieht Meisterin Kiwix gar nicht ähnlich Zu welchen Planeten habt ihr sie denn entsandt? Nach Tatooine Meister Orgis ist auf Alderaan Ihr müsst herausfinden, was mit ihnen und unseren Waffenlaboren geschehen ist Geht in Ordnung, General Aber zuerst muss ich mich in einer wichtigen Angelegenheit mit dem Hohen Rat der Jedi beraten Wichtiger als die Galaxis vor Darth Angral zu retten? Ich möchte mal wissen, was das sein kann Tut mir leid, General, das ist eine Jedi-Angelegenheit Na schön, wenn ihr darauf besteht Aber vergesst nicht, dass Angral immer noch da draußen ist Möge die Macht mit uns allen sein Basatra, Ende Bringen wir es hinter uns Meisterin Kiwix und Meister Orgis brauchen unsere Hilfe Ich gehe in mein Quartier und meditiere Sag mir Bescheid, wenn wir Tython erreichen Auf nach Tython Ja, ähm Das ist aber nicht dein Quartier Dein Quartier ist bei mir, wo das große Bett steht Höhöhöhöhöhöhö So Tüton Ach, Gutschön Ach, Gutschön Ach, Gutschöööö reflections Ach, Gutschön Amann So, dann sind wir hier auf Stufe 10 runtergesetzt, schön. Lord Nefarid, gute Arbeit, ich bekomme eine Modifikation, willst du mich verarschen, die hatte ich vor einem Monat schon mit einem Schwert eingebaut, die ist ja lame. Okay. Und dann hat mein Meister mich davon überzeugt, herzukommen und es euch zu erzählen. Das war so ziemlich alles. Wir haben Gerüchte über diese Kinder des Imperators gehört, aber jetzt haben wir endlich den Beweis für ihre Existenz. Es ist beunruhigend, dass wir nie die Wahrheit gespürt haben, seitdem Meisterin Kiviks Kira zu uns gebracht hat. Das macht sie umso gefährlicher. Sie muss eingesperrt werden. Kiras derzeitiger Meister sollte ein Wörtchen mitzureden haben. Was schlagt ihr vor? Hm, lass ich die einsperren. Nö, die bleibt bei mir. Die Situation erfordert keine Maßnahmen. Ich dachte nur, dass ihr die Wahrheit wissen solltet. Und jetzt, da wir sie kennen, dürfen wir die Gefahr nicht ignorieren, die sie für unseren Orden darstellt. Ihr erlauben, ein Padawan zu bleiben? Ein Jedi-Ritter zu werden? Unvorstellbar! Wirklich? Haben wir von den Kindern des Imperators nicht erst durch einen Sith erfahren, der sich zur hellen Seite bekehrt hat? Meister Braga spricht die Wahrheit. Jeder kann gerettet werden. Angesichts eurer Abstammung war es nur natürlich, dass ihr Angst vor unserer Reaktion hattet. Jetzt zählt nur, dass ihr eure Vergangenheit hinter euch lasst und euch ganz der Sache der Jedi hingebt. Könnt ihr das? Das versuche ich schon, seit Meisterin Kiwix mich gefunden hat. Kira ist ein guter Padawan. Ich vertraue ihr mein Leben an. Da habt ihr es. Ich brauche keinen weiteren Beweis für Kiras Loyalität. Richtig. Und ich denke, am besten ist es, wenn Kira da bleibt, wo sie jetzt ist. Das ist ein Fehler. Wenn Meisterin Kiwix hier wäre, würde sie dasselbe sagen. Bis sie zurückkehrt, steht das Urteil dieses Rats fest. Kira ist am sichersten in eurer Obhut. Schön, dass sie ihr noch eine Chance gibt. Ich verspreche, dass ich euch stolz machen werde. Selbst euch, Meister Kedan. Es war die richtige Entscheidung, uns zu informieren. Aber jetzt solltet ihr zu eurer Mission zurückkehren. Möge die Macht auf Tatooine und Alderaan mit euch sein. Nein, daran. So. Nein, ich habe noch Zeit. Äh, ach so. Ne, die nicht. Die hab ich dabei. Äh, falsch. Hm. Hm. Äh, zu meinem Schiff. Äh, unter Heilung, Wurfe, Gewinze, Höste, so, 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 so. Okay. Willkommen zurück. Falls Sie das Aroha von Alderan schon nett verriechen, geben Sie recht. Oh, dieser Droide mit seinem Essen. Scheiße, man. Scheiße, ey. Warte mal. Falsch. Ne. Doch, falsch. Hier. Glaubt nicht, dass ich nicht weiß, welches Risiko ihr eingegangen seid, als ihr zu mir gehalten habt. Meisterin Kiwix stand mir nie so nah wie ihr. Euer Beistand war... etwas Besonderes. Oh, Baby. Jederzeit wieder. Ich bin nur froh, dass wir ein Team bleiben. Danke. Das werde ich nicht vergessen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Meister. Bereit bin ich schon lange. Also... Ja... Ich warte nur drauf, dass wir uns so halten, ne? Oh, haha. Habt ihr euch schon mal gefragt, was aus euch geworden wäre, wenn die Jedi euch nicht aufgenommen hätten? Ich wurde geboren, um Jedi-Ritter zu werden. Etwas anderes ist nie in Frage gekommen. Das Leben verläuft als gerade Linie, was? Das sieht euch ähnlich. Eigentlich hätte ich tausendmal tot sein müssen. Oder Schlimmeres. Die ersten Monate, nachdem ich von Korriban entkommen bin, waren ganz schön aufregend. Als zehnjähriger Sitzflüchtling zu überleben, ist nicht gerade einfach. Ohne Freunde, ohne Essen, ohne Zuhause. Habt ihr nie daran gedacht, euch an den Jedi-Orden zu wenden? Zu meinen Todfeinden zu flüchten, erschien mir keine gute Idee. Ich habe mich stattdessen auf Nar Shaddaa durchgeschlagen. Acht Jahre lang habe ich auf der Straße gelebt. Und dann wurde ich erwischt, als ich den Hyperantrieb eines Raumschiffs klauen wollte. Ihr hättet Meisterin Kiwiks Gesicht sehen sollen. Ich hatte mich schon gefragt, wie ihr zwei euch wohl begegnet seid. Einen Jedi zu bestehlen, das erfordert Nerven. Ich wusste doch nicht, dass sie ein Jedi ist. Jeder kann mit wallenden Gewändern rumlaufen. Ich weiß noch, wie Meisterin Kiwiks feststellte, dass ich empfänglich für die Macht bin und mich bat, ihr Padawan zu werden. Das war... merkwürdig. Das war das erste Mal, dass mich jemand vor eine Wahl gestellt hat. Daran muss ich mich immer noch gewöhnen. Falls das Imperium die Galaxis erobert, wird die Freiheit als erstes verschwinden. Und dann sind Phasenball, Mutterliebe und süße Flachkuchen dran. Ich verstehe. Jedenfalls weiß ich, wie mein Leben aussähe, wenn ich kein Jedi wäre. Und so soll es nie wieder werden. Okay. 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 Reiderschnacken, ja. Ihr seid anders als die meisten Jedi. Das meine ich als Kompliment. Ich will ja den hohen Rat nicht beleidigen, aber wenn ich nur den ganzen Tag rumstehen und Moral versprühen müsste, könnte man mich gleich in eine 0G-Gummizelle stecken. Darum kommen wir beide auch gut miteinander aus. Wir haben keine Angst, uns kopfüber in Ärger zu stürzen. Ja, Probleme sind nur dann ein Problem, wenn man nicht damit fertig wird. Die Jedi sollten einfach aktiver werden. Es macht doch Spaß, die Macht zu nutzen. Körper und Geist sind voll aufgeladen. Alles fühlt sich intensiver an. Und wenn sich etwas sowieso schon intensiv anfühlt? So wie ein Kuss zum Beispiel? Manche Erfahrungen sind geradezu explosiv. Sofern man weiß, was man tut. Wir sollten wohl besser was tun. Galaxis in Gefahr und so weiter. Ich krieg die jetzt noch rum. Diese komische Regel, dass Jedi keine Emotionen zulassen dürfen? Das verstehe ich nicht. Klar, Wut ist nicht so toll, aber was ist denn verkehrt mit dem Rest? Es sagt doch auch keiner den Truppen, sie dürften beim Landgang keinen drauf machen. Hätten wir überhaupt eine Regierung, wenn die Senatoren keine wilden Partys feiern könnten? Nein. Das stimmt eigentlich. Jedis dürfen ja auch nicht heiraten, sich verlieben und so weiter. Das heißt, wenn du als Baby in den Jedi-Tempel kommst, stirbst du als Jungfrau. Deswegen würde ich nie ein Jedi werden wollen. Ähm... Die zwei... Ja, wir werden fast wie Kinder behandelt. Fast? Das ist ja wohl ziemlich untertrieben. Wir sollen uns für andere ins Feuer werfen? Schön, dann lasst uns von der Leine. Warum können wir unser Leben nicht ein bisschen genießen, bevor wir sterben? Das ist so... Das ist so... Äh... Tja, warum nicht? Kira küssen, flirten, ich lasse euch den Vortritt. Natürlich tritten! Dann seid jetzt einfach mal still und fangt an zu leben. Alles klar! Weiter! Los! Na sowas? Die Galaxis ist davon gar nicht untergegangen. Nächstes Mal geben wir uns mehr Mühe. Die Fortsetzung folgt Großer. Hoffentlich! Ich sag ja, ich krieg die noch rum. Eieieieieieieiei! Ähm... Da oder dahin... Ich reise nach Tatooine. Ich will das Ei endlich rausbrüten. Hm... General, ich bin auf Tatooine. Hat Meisterin Kiwix sich gemeldet? Ich kann das General nicht mehr sehen und hören. Das letzte, was wir gehört haben, ist, dass Kiwix unsere Waffenforschungsanlage gesichert hat. Seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Eine feindliche Operation ist das wahrscheinlichste Szenario. Aber auf Tatooine ist alles möglich. Ich mag diesen General nicht. Der ist so neugierig, der will alles wissen. Aber ich auch. Was so gefährlich ist, warum wurde Tatooine dann für die Waffenforschung gewählt? Auf Tatooine gibt es Millionen Quadratkilometer unbewohntes Land. Präfekt für unsere Zwecke. Dr. Cotera wird euch über das Waffenprojekt informieren. Dr. Die Forschungsanlage auf Tatooine hat ein Gerät mit dem Codenamen Schock Trouble entwickelt. Die Waffe entlädt extrem starke Ultraschall-Vibrationen in den Boden. So können feindliche Befestigungen auf mikroskopischer Ebene beschädigt werden. Sie werden praktisch aufgeweicht. Die Vibrationen können jeden verletzen, der ihnen zu nahe kommt. Aber das ist noch nicht alles. Die Schocktrommel erschüttert auch den Kern des Planeten. Bei kritischer Masse explodiert er. Wolltet ihr Tatooine etwa zerstören? Natürlich nicht. Als wir das Potential der Waffe entdeckten, haben wir sofort die Tests eingestellt. Ja, ja. Es gibt jedoch einen voll funktionsfähigen Prototyp der Schocktrommel in unserer Anlage. Wenn Darth Angral ihn entwendet hat, könnte das katastrophale Folgen haben. Da wir keine Informationen von der Anlage oder von Meisterin Kiwigs erhalten, müssen wir das Schlimmste befürchten. Ich spüre Meisterin Kiwigs durch die Macht, aber nur schwach. Ich glaube, sie stirbt. Kontrolliert eure Emotionen, Kira. Ihr dürft euch nicht der Angst beugen. Ich habe keine Angst, aber sie darf nicht sterben. Ich bin ihr zu viel schuldig. Ich habe dort keine republikanischen Kontakte, die euch helfen könnten. Ihr seid auf euch allein gestellt. Unsere Anlage liegt in einem abgelegenen Teil der Wüste. Ich übermittele euch die Koordinaten. Viel Glück! Was hat er Ende? Ja. Willkommen zurück. Ihr Schiff ist in handlosem Zustand. Wie genau? Dann... Ihr Wunsch ist mir befehlt. Die Angelegenheit ist... Wo ist der eigentlich auf meinem Schiff? Das interessiert mich jetzt. Im Cockpit ist er nicht. Im Zimmer mit dem Bett ist er nicht. Besprechungsraum ist er auch nicht. Er hat sein eigenes Schiff und fliegt immer hinterher. Hier unten im Gästezimmer ist er auch nicht. Im Lager ist er auch nicht. Bei T7 ist er auch nicht. Jetzt bleiben wir noch eh noch zwei Räume. Hier beim Safe ist er auch nicht. Ja. Das ist halt seltsam. Das ist halt seltsam. Oder ich übersehe den einfach. Ja. Ja. Hübsch hübsch. Hübsch hübsch. Weißt du da einfach Just for Fun hin oder musst du hin? Tatooine? Das ist Mission, Hauptmission. Ja. Ich war noch nicht mal auf den Eisasteriden. Wenn du beschrieben hast. Ich muss jetzt mal Illum. Aha. Hm? So, ich muss noch einen fetten Solar-Dingern Ausschau halten. Ich will mein Tierchen ausbrüten. Hat nichts zu verkaufen. Hat auch nichts zu verkaufen. Okay. Handlungsbogen. Tatooine. Jetzt geht das schon wieder gut los mit einem Druiden. Hallo. Entschuldige die Störung. Ich heiße Fauler. Und mir wurde gesagt, dass ihr hier vielleicht auftaucht. Ich vertrete hier die Republik. Da wir hier selten Jedi sehen, dachte ich wir treffen uns einmal. Und reden miteinander. Ihr versteht mich doch? Hallo, Phoenix of Night. Bitte auf Deutsch. Das ist ein deutscher Stream. Kannst du das mal mit übersetzen, Darko? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Na ja, ich möchte das lieber nicht über den Holokommunikator tun. Ich habe eine kleine Botschaft in Anchorhead. Kommt doch mal vorbei. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Ihr macht aber ziemlich vage Aussagen. Wenn ihr kein Interesse habt, kann ich euch nicht zwingen. Aber dies ist kein lokales Geplänke. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Fauler Ende. Jetzt muss ich zu einem Faulen gehen. Schön. Äh... Ui, was ist das denn? Okay, eine Festung? Ne. Was? Warte mal. Was ist denn das hier? Ich habe 1420 Kartellmünzen. Okay. Was ist das mit Privat? Und... 2,5 Millionen kostet Vermächtniskauf. Öffentliche Vermächtnisse. Er stellt dieselbe Frage nochmal. Wie geht's? Äh, also wie geht's? Sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich kann zu einer Festung reisen? Aber die kann ich dann bestimmt angreifen. Boah, nein, mach ich nicht. Die nehme ich doch auseinander. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. BS1 Mark. Trangulationsverbesserer. Nö. Das hört sich schon so creepy an. Hab mich sehr gefreut. Willkommen bei der Galaktischen Festung. Besuche ein Festungsverzeichnis auf der Flotte, um damit zu beginnen, dein eigenes Wahrzeichen der militärischen Macht und des persönlichen Luxus zu gestalten. Nö. Wie groß? Das wird ein Spaß werden, hier Holokrone zu sammeln. Es gibt ja wahrscheinlich auch noch ein paar. Fünf Stück wieder. Nachgeschaut oder woher warst du das? Ich denke mal. Auf Taris waren es fünf. Auf Nar Shadda waren es fünf. Und... ...kommt ihr ein Geschenk? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Auf jeden Fall erstmal danke für dein Follow. Hallo? Meinst du vielleicht B kommt dir ein Geschenk? Und wenn ja, von wem? Wo fahre ich denn jetzt hin? In die Wüste raus? Ist das gut? Wurmbratten! Ha! Die sind ja schwach! Die sind ja schwach! Die sind wirklich schwach! Okay, ich bin auf Stufe 29 runtergestuft worden. Warte mal, auf Nar Shadda, auf welches Level wurden wir runtergestuft? Äh... 35. Wieso? 35? Ganz sicher? Oder war es 25? Ich habe ehrlich gesagt. Ja. Okay, hier läuft ein Durchreisender mitten in der Wüste rum. Wenn ich jetzt hier weiterfahre, komme ich da irgendwo hin? Ich muss es einfach testen! Ich kriege Damage! Okay, da kommt man nicht lang. Gut, dass ich es getestet habe. Aber da qualmt es, da will ich hin! Boah, ich will da hin! Ich fahre da jetzt hin, bis ich tot bin. Oder ich renne da hin, bis ich tot bin. Niemand. Erschöpfungszone, kehre sofort zurück. Du wurdest besiegt. Zurück zum MediCenter, 372 Meter. Ich war hier noch nicht drauf eben. So. Hier gibt es wieder Haufen Nebengeräusche, das ist nicht gut. Hey! Dieser Druide, den ihr mir verkauft habt, ist Schrock. Ich will mein Geld suchen. Äh... Du, 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 du... Gibt's denn hier noch irgendwas? Äh... Kann dir doch kein Geschenk in das Video schicken. Muss ich gerade updaten. Du musst mir kein Geschenk geben. Du musst mir kein Geschenk geben. Das ist... Ja, also du musst es nicht unbedingt machen. Ich bin da nicht drauf angewiesen. Gibt's ganz viele Kristalle. Dann... Ich... Ich höre doch eins! ok jetzt ist die frage wie komme ich da hoch ich muss über diese blauen dinger denke ich mal rennen irgendwas eben geschrieben kann jedoch kein geschenk ja da habe ich darauf geantwortet ok ich muss irgendwie auf diese blauen dinger also auf eins von den beiden häusern ja beim kopf wie gesprungen kommt man hier am besten hoch ja 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 irgendwo muss es doch hochgehen hier drinne vielleicht fast du um sie verstanden ich habe einen Weg gefunden ihre Anweisungen ich hoffe es macht Ihnen nichts aus wie kommt man hier hoch komm ich krieg das hin ich pack mich hoch ah ok vielleicht von hier was ist da drin Jedi Botschafter Ausbilder ok ich wüsste mal wo der ist Biochemie Handwerksausbildung ok Stimmhändler Spezialgüter da will ich doch mal hin bevor ich das Holocron suche ich glaube aber auch nichts für dein Level wie gesagt ist nicht so schlimm Doppellichtschwert des dunklen Pyrschers Lichtschwert des tugendhaften Kampfausbilder oh bin ich das ach das hat schon Verbesserungen drin das hat mit blauem Farbkristall ich mach meins auch Schwert des gerechten Cerebralkämpfers nee aber so ein fetter Blaster wäre schon nicht schlecht find ich vielleicht alles noch find ich vielleicht alles noch ist zu hoch für mich so ich will ans Datakron Soldatenausbilder wo ist denn der ach nee komm scheiß drauf wie geht die Ausbilder brauche ich jetzt gehen hoch hui okay doch ich muss dort auf das Haus und dann das hintere blaue Dingsbums nehmen nö zu was ist das wegen Geschenke was soll weil du kein Geschenk möchtest oder nein weil er keins für mich hat ich habe aber auch gesagt es ist nicht zwingend notwendig ich bin auf der Mauer ich bin auf der Mauer ich bin auf der Mauer ah äh äh also hier lang äb soo Ich würde gerne das nehmen. Da komme ich nicht hoch, also muss ich das Teil nehmen. Und hier geht es nicht weiter, ich muss das da hinten irgendwie nehmen können. Nein, das gehört dazu, dass du dich nirgendwo hochbacken kannst. Also, ich bin schon mal oben, jetzt muss ich nur noch hier hochkommen. Scheiße. Er leckt mich doch. Und da bin ich oben. Äh, jetzt muss ich da rüber. Äh, jetzt am besten da rüber. So, das war gerade knapp. So. Ich hör's. Da ist es. Und Nummer eins. Äh, Beherrschung. Beherrschung plus drei. Okay. Das erste. Das ist hier Hammer. Das ist hier Hammer. Okay. In meiner Kantina möchte ich nicht verweilen. Was ist das denn? Ähm, rein in den Bunker. Ja, das machen wir als erstes. Wie weit sind wir? Oh, was vier Stunden macht. Hör mal erstmal schnell das hier. Ja. Wie weit ist das? Ah! 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 Ah, komm! So! 3 von 12 war das jetzt, glaube ich 2 von 12 war's Ah, was ist das? Eins von vier Okay, ähm Um die Richtung muss ich Da, wie der Tau frisch Da, wie der Tau frisch Ist das eigentlich eine Nebenaufgabe Mit den Dingern Oder nicht Ähm Bonus Ja, Bonus, zerstöre die Dinger Okay Ja, Bonus, zerstöre die Dinger Naja, Kiro, du musst dich langsam mal halten Ach, jetzt fangen wir an mich mal richtig zu heilen Du bist eine Knallbirne Du bist eine Knallbirne Wo ist meine Maus da? Ach, jetzt fahren wir nach Whew Oh Gott, der sieht schwer aus. Natürlich gibt's auch noch Stützer. Oh Gott, ich hab den Arsch weh vom Sitzen, ey. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Rein in den Bunker, besiege den Kriegsherrn, ringel in den Dingsbums. Ja, was soll ich denn ein paar Worte machen? Ja, was soll ich denn hier machen? Das ist ein Spiel. Möge ich die Schwaarer. Gut, ich bin ein Schwerer. Ja, was soll ich denn hier stehen? Ja, was soll ich denn hier leben? Ja, was soll ich denn hier machen? Oh Gott, das ist ein Schwerer. Ja, was soll ich denn hier sehen? So, hier noch einer. Da kommen noch mehr. Die bekämpfe ich aber gleich. Ich mache eine ganz kurze 5 Minuten Pause für mich.